Qualität hat Tradition. Seit dem Jahre 1660 der Leitspruch im Hause Regner. Nehmen Sie sich Zeit zum Genießen und tauchen Sie mit uns ein in die Welt von Mandeln, Nüssen, Honig, Zimt und Schokolade. Lassen Sie sich von unserem Team angeführt vom Sohn des Hauses, dem Konditor-Weltmeister Gregor Regner, verwöhnen. Die feinen Desserts, köstlichen Torten und erlesene Kaffeespezialitäten machen unsere Kaffee-Konditorei zu einem Treffpunkt für alle Naschkatzen. Modern ausgestattet und mit großem Augenmerk auf die Hygienerichtlinien verbinden wir die Moderne mit der traditionellen handwerklichen Herstellung unseres Säckhauer Lebkuchens. Nachhaltiges Energiekonzept, verbunden mit besten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter, garantiert uns auch weiterhin die Qualität zu sichern. Es freut uns, dass die Konfesserie Josef Kern als Partnerbetrieb die bekannten steirischen Köstlichkeiten und Zirbenkugeln in unserem Haus produziert. Wir würden uns freuen, Sie in unserer Konditorei willkommen heißen zu dürfen. Gönnen Sie sich ein Stück Gaumenfreude und nehmen Sie sich die Zeit zum Genießen. Gönnen Sie sich ein Stück Gaumenfreude und nehmen Sie sich die Zeit zum Genießen.